Aber ja schön was ja auch weg zu ballern Dann können wir hier weggehen gehen hier oben raus Hey der lebt ja noch Hä? Ich bin hier ganz den Kopf weg geschossen Alter was fällt der aus ey Aber jetzt finde ich schon über den Aua Hat weh getan Ah jetzt auf jeden Fall wird die gelbe Karte Und hier haben wir auch ein bisschen Heilung und da haben wir noch eine neue Waffe Was ist das? Toiletteanzug Verbesserungen haben wir ja auch Kodex freigeschaltet Hm Moment Was ist da noch nichts anderes Die scheinen sich schon mindestens immer die Munition zu teilen Ablassmergewehr Schweres Sturmgewehr Okay Klingt schon mal spannend Aber Wir haben ja Achso können wir vielleicht Den können wir nicht verbessern weil wir nichts gekauft haben So Haben wir aber noch was freigeschaltet Verbesser das Tempo bestimmte Aktionen Aber wir wollten hier Ausrüstung verbessert Kapazität und nach der Zeit von Ausrüstung Ähm Hatte ich nicht gerade einen Punkt bekommen für den Anzug Verstehe ich jetzt gerade nicht Da stand doch gerade irgendwie sowas von wegen Gute erhalten So Okay das ist ein Robotarm Ich dachte schon was ist das da Der Winde hat beobachtet sie So hier haben wir wieder so ein Dingin Ähm Da ist nix Da ist nix Okay Ah das ist die Ah nee das war Leben Ich dachte schon das wäre jetzt Plasser Gewehr Munition Ah das ist so ein Quasi So was was die haben Nur im Blau Höp So muss ich eben hier einmal da finischen Und einfach da finischen Nee okay Da war ich schon finischen Äh Macht ganz schön Aua hier Und schon direkt wenig Munition Und schon direkt wenig Munition Ähm Bumm Hä Ich dachte jetzt habt ihr ihn da platt gemacht Und die Wilde Dämon So Waffenpunkt erhalten Was haben wir hier So Bisschen Rüstung Und irgendwas was ich jetzt gerade nicht ganz angesammelt habe Oder noch mehr Leidung, da, komm her Ok Hier noch irgendwo was Ja Hier mehr Rüstung Da nicht Da ist noch Produktion Also da habe ich jetzt Plastner Energie Komme ich nicht durch Da ist noch mehr Rüstung Da ist nichts Schnauze Wä? Der ist gar nicht gefinisht Herz rausreißen Herz rausreißen Schnauze Schnauze Hallo Was? Warum hat das nicht Aua gemacht? Oh Schakaboom Immer noch Munition Danke Und das Hallo Einmal rüberjumpen Haha Schafft Ok Wir können Auch mal das Gewehr hier nehmen Wow Geh du weg Stirb Und finischen Ok Mann Die brauchen schon echt Fünfzig Oh Ok Aber die Typen Die kosten mich schon echt viel Munition Bin ich schon irgendwie froh Dass ich ähm Auf Munition gegangen bin Weil die natürlich auch recht nah kommen Können wir ein bisschen Rüstung übertragen Und auch Leben also generell alles So und da haben wir die blaue Kart So Hier ist soweit nichts Ah da ist noch Rüstung gewesen Hat ja nicht alles eingesammelt Einmal hier runter Einmal hier runter Einmal hier runter Und schon kommen wir hier Durch blau Ups Tja das war ne gute Sache ne Möffen wir ihm die Handgranate reinwerfen Hä Boom 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 Sollen die Eier Show Arme Sau Wow Hier sind ja wieder irgendwelche Anzüge Hat ja unten wieder so'n So'n Nestdingen Äh verdammt Aber auch echt lästig ne Ich will noch nicht sterben Ich hab noch so viel vor im Leben Wo sind die? Das Ketten Wobei die Kettenmusik hab ich überhaupt relativ gut Ich hör den doch Sind die oben? Jo Jo Wow Bam 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 Hör auf Hör aufs Existieren Gröser Dämon Waaah ist wohl auch noch gegen den Boden hier Was ist denn hier los? Der maßt auch nicht mit das was er mal war Wow Wieder so'n Fett Moment Ah Handgranaten Gehen in Handgranaten Ha Und gefinisht So Fehlt nur noch einer von den Typen Mh So Ja Haben wir alles befriedet hier Waffenpunkte hab ich auch wieder Ähm Tja Aber was mache ich? Fand ich jetzt nicht so toll Also ich benutze ja eigentlich sehr viel den Explosionsschuss Ähm Erhöht die Größe Ne da Reduziert die Aufladerzeit zwischen Explosionsschüssen Entfernt Entfernt die Aufladerzeit eines Explosionsschuss Hä Moment Lese ich das irgendwie falsch? Reduziert die Aufladerzeit zwischen Explosionsschüssen Ok Entfernt Entfernt die Aufladerzeit eines Explosionsschuss Achso er schießt dann sofort Mh 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 Machen wir das Ja Ok Wo sind wir denn jetzt hier schon wieder? Achso hier sind wir da wo wir die ganze Zeit reinbeuten Und wenn wir nicht rein kam Auch nicht schlecht Wo müssen wir denn jetzt dann hin? Mit der unserer blauen Card hier Der Kettensäge Brauchen wir gar nicht Hey Hier war ja auch das Herz Ihr Engagement bei der Maske Der Kettensäge Der Kettensäge Der Kettensäge Kommen wir jetzt hier durch oder was? Ne Das ist noch Bedrohung neutralisieren Aber hier ist ja nichts mehr Hallo? Achso der ist ja der Luftfluss Schachttinges Bummels Wo ich da her gekommen bin Achso Oh ja stimmt Bisher gab es ja noch einen Weg nach da hinten Hier da lang Da oben da Bin ich noch nicht zu Ende gegangen Ich erinnere mich Boom Boom Ja So nicht du ekliges großes etwas Haben wir jetzt auch alle Rüstungen? Ja haben wir Äh Äh Wolltest wir wieder irgendwie eine Hand drauf halten? Aua Ah der hat ihn mitgenommen Ah klasse Aber jetzt ist das der Otto den wir schon gekillt haben Aber gut dass der sich das gemerkt hat ne Aber es war bestimmt nicht der den wir schon gekillt haben Na gut Aua Ich will doch noch nicht sterben Äh Nein Hä Ok Der Sprung war anscheinend einfach generell zu weit Ich dachte schon grad ich würde jetzt sterben Hm Hier ist nix Hä Hä Ah hier haben wir Wieder so so ein Anzugsding hin Sehr schön jetzt haben wir so ein Anzugsding Äh Jetzt haben wir auch zwei Na Machen wir Turboladung Verkürztes Nachladezeit für Ausrüstung Äh Eigentlich was denn für eine Nachladezeit für Ausrüstung Also wir waffen uns wahrscheinlich Aber ich leite doch keine Waffen nach Hm Moment das check ich grad gar nicht Verbesser Kapazität und Nachladezeit für Ausrüstung Wurde eigentlich Kapazität Es geht dann später erst Okay Schauen wir mal Senkt dich den Schaden durch Explosionsfässer und Umwelteinflüsse weniger Schaden durch eigene Waffen Ich kann Explosionsfässer richten bei dir Keinen Schaden mehr Okay machen wir doch über das Okay Also man muss dann sich erstmal da freikaufen Hallo Mach auf hier Ja Okay anscheinend war das eigentlich versteckt was ich gefunden habe Mit meinem Versagen des Champsons So Da was Ach geschafft Da soll ich jetzt rüberspringen Ach geschafft Mann nochmal Ne Doch nicht Ich dachte jetzt wäre ich grad da auf der anderen Seite gewesen von dem Ach hier muss ich auf Ähm Ähm Da Oh man nochmal Und das will mein Alter Mit der Ausrüstung Oh Oh So Jetzt haben wir den Haben wir eine rote Karte Ach nee das ist der in seinen Arm Ja cool wir haben den Techniker Arm gefunden Das ist ekelig ey Ich krieg den Jump jetzt zurück Was machst du denn da Hallo Hat doch mal nicht mehr alle Wie kommt der da so angelaufen Sprungen Nummer Yeah Wir haben einen Techniker Arm Boah ist das ekelig Zugang gestartet Wo war ich denn jetzt überhaupt hin Ach hier Gasleck versiegelt Hm Schon wieder so ein Dinge Was denn für ein Gasleck bitte Na ja gar kein Plasch Stirb So machen wir erstmal so eine Granate da so hin Das macht ein bisschen was kaputt Hä Warum treffe ich die Dinger nicht? Echt Ah allerletzte Hier Die Dämonen So hinüber Boom Ja warum ist der nicht hinüber Boom Boom Und Hier machen wir Matsche Könnt ihr eigentlich mal wieder die Kettensegel benutzen Machen wir noch ein bisschen Rüstung Da nehmen wir mit immer die Kettenwegel Komm So her Komm So her Komm Aber ja Wo Jo Ja Ok Moment Sekunde Wo ist der Raum Die Tür Da ist es nicht Achso Nee Okay Nee Da nicht Da nicht Da nicht Mal gucken ob es noch irgendwas versteckt Gibt Da ist noch irgendwas Also Munition Aber die brauchen wir nicht Okay 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 Jetzt können wir da hinten Äh Nee Hier Nicht Da Wo Hier lang Hingehen Mal aufpassen dass hier nicht Neue Dämonen kommen Neue Dämonen kommen Mit denen da Auch eigentlich nicht der Hellste ne Da wollen wir hin Da nach links Hier Hier wollten wir die ganze Zeit rein Was ein Aufwand wegen so ein paar Dämonen Aber nur weil so eine bekloppte Alte meint hier Herrscherin Der Welt zu werden Achtung Kerntemperatur übersteigt kritische Grenze Ja das geht schon noch Spucken wir ein paar mal drauf und dann ist gut Mal aus Sieht mir so ein bisschen nach Bossfight aus ne Ähm Nicht gut Hey Hört ihr auf Stirb Na komm Hä Was ist das denn hier für einer Der Sniper da Kannst du jetzt mal sterben Ja ist ja gut Was Ich hab wenig Gesundheit Warum hab ich wenig Gesundheit Ja ist ja gut Verdammt Du mit deinem scheiß Laserdingen Ich muss da rauf ich muss ihn killen So Da haben wir Gesundheit Wow Ah hier haben wir sogar Äh Ja So So geht das Habt ihr das gesehen? Blöde Dämonen Hier haben wir nochmal Rüstung Äh 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 Achso hier waren wir schonmal Den haben wir Ja Ja Lauf doch nicht weg Wie soll ich dich denn sonst treffen? So Takedown Da ist ja kein Takedown Aber egal So genau nehmen wir das jetzt Warten wir nicht Boom Tschaka boom War ich nicht eben schonmal da hinten? Äh Äh Was machst du denn da? Gib ihn nicht Hä Ah Voll den Kiefer Ja wo zieh ich denn? Lass mich mitspielen So haben wir da Ah da ist er wieder Ah Aber ich hab keine Kettensäge mehr Was ist hier der dicke? Ach da Hä? Wah? Na komm schon Jaa Das haben wir ja hier Leuke Ja nochmal Schnetzen wir uns hier richtig Oh noch so einer Hier kriegt aber auch nicht genug ne Verdammt Verdammt Hüßkerle So Äh Munition geht langsam zur Nike Nehmen wir mal wieder die Waffe Also Rüstung Ja wie jetzt? Schon? Verdammt Ein primärer Kontrollraum wurde in der Nähe aktiviert Das könnte Olivia gewesen sein Da haben wir keine Munition Ah hier hat's nochmal Da Die brauche ich Und hier haben wir nochmal Rüstung Dann hab ich da auch Äh hä hä Hallo Bist du mal richtig Kann ich da? Muss ich da? Ich glaub nicht ne Hinten ging ja so ne Tür auf Ich glaub ich muss da lang Nee Von da bin ich gekommen Das war's Duran Das war's